Grüezi miteinander und willkommen in Jerusalem. Hinter mir seht ihr den Ölberg, dort wo Vergangenes, aber auch Zukünftiges geschehen wird. Ich lade dich ein auf unsere nächste Israelreise 2019, im März vom 11. bis 22. mit dabei zu sein. Wir werden im Norden Galiläer sein, wir werden am Totenmeer sein, wir werden viele Orte besuchen, wo Jesus gewesen ist und wo vieles geschehen ist, die ihr immer wieder in der Bibel lesen. Ihr könnt es diesmal einfach persönlich spüren und persönlich erleben, wo das ist. Und so freue ich mich, wenn du dich anmeldest auf unserer Homepage www.soegosprosenter.ch und du wirst sehen und erleben das, was du schon immer einfach persönlich sehen wolltest, das fünfte Evangelium, das heißt vor Ort zu sein, dort wo es geschehen ist. Tschüss und hoffe, dass du dabei bist.